hallo und herzlich willkommen zurück meine freunde ich bin es wieder euer easystyle mit let's play the easy standalone version und vor mir steht der famous ja hallo leute auch ein herzliches willkommen von meiner seite und draußen stehen auch bronco und der Malle der Wurst und ja es geht weiter wir suchen wir Action wir gehen wieder auf Balota wir haben neuen Server und schauen wir mal die Post setzt wird besser wird wenn wir festworte du war Ketting wird abrufen und es bisst und es bisst das regnet es regnet die Erde wird nass oh ja oh ja geht anders ab und dann muss man nur ja der Hoffnung dass nichts passiert Köln ich renne vor von dem her er mal in der Woche direkt vor mir ne nicht schon wieder geht anders ab oder wollte ich sagen in der Hoffnung dass der Freunde kein Scharfschütze ist ne das nippert euch weg die Türen von den den Türen sind zu ja super fängt schon wieder gut an muss ich sagen ja selbst die von meiner Position hier sehe ich nicht viel in Tower aber da seht es bewegt sich mal nichts so weit drüben die Türen sind auch zu ja ist alles zu dauerlich keine Bewegung selbst drüben die Dinger sind zu wir legen tut sie eigentlich gerade nicht nein 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 mal leg dich hin und das für eine eindeutig zweideutige Anleitung alles zu also da liegt drüben dann wird ich sehe es aber nicht keine Ahnung roter Rucksack roter Rucksack wenn einer von euch wieder ein 60er mag findet nehme ich es dann wieder gerne was ist denn das? was liegt hier ne Amphibie was ist das? so ein Spielzeug waschel gäbe es eine Pistole echt jetzt? ja ja ist da unten? hier vorne hier liegt ein ähm was ist das? roten Zucchini! das ist ein Atlas Aufsatz für die M4 falls den noch keiner hat roten Zucchini! roten Zucchini! das ist Atlas? ist es dieses Standbein weißt du? ach den hab ich den ja den brauch ich auch noch den Vipop den hab ich warte dann guck ich mal nehm ich es mal mit ist halt badly damaged aber wenn du noch gar keinen hast wirst du besser als gar nichts ich nehm es mal mit badly damaged badly damaged ökste wo bist du? ich bin grad in so einem Bunker drin im Bungaloo glți schwarze Weste gefunden BONGALOON! ��면 jaja naja da biste waatti ich komm mal zu dir leg ich es grad mal hin wo muss straf hier zwischendenge Lie apply ich alles gar nix like a murk klick ja normalerweise genau dann kann ich mich hinlegen oder gar nicht ahja gut dass man das nach 53 folgen auch endlich mal mitbekommt also ich stürm mal schon mal rüber ja ja geh nur sterben ja ja ich bin's doch gewohnt ob ich jetzt von euch erschossen werde oder von den anderen scheiße zeissen hier von uns von mir und dreimal darf schraten wer 7,5 Meter hinter dir läuft ja wer wohl mein Schatten mein Bronco ohne den fühle ich mich doch nicht wohl im Genick Richtung zweites Gefängnis steht ein Tommy mitten auf der Landebahn aber ansonsten sehe ich mal nichts an Tommy ey wo sind die ganzen Leute man ohne Bronco im Genick fühle ich mich nicht wohl in dem Fall bin ich aber vor dir also oh jetzt muss die umdrehen oh scheiße jetzt muss die nach hinten gucken oh wieder liegt eine Munitionskiste die nehmen wir doch mal mit wenn ich hinkomme Alter die finden immer alles ich brauche auch noch alles ich brauche gar nichts mehr hier liegt gar nix ne Bibel ne Bibel ne Bibel es hat gar nix zombe 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 naja läuft 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 bei ihm er liegt jetzt der chillt ne Runde oder ok mach hier oben ist nix der grundsatz vor Ort Warte bei der Hörer was war das nie ich glaube wir laufen direkt weiter nicht sagen ich habe nichts hier da liegt auch manchmal ein Visier und so und so guck mal rein ich bin erster nämlich den zweiten ich gucke da liegt was was liegt denn ein Visier ja guck an aber P.U.S.C.O.P. P.U.S.C.O.P. ist scheiße oder P.U.S.C.O.P. war doch für die Mosin oder eben gell dachte ich wenn ihr da in den Hangar seid gehe ich schon mal Richtung Tower nochmal so ein Atlas wie Bob cool was für eine Qualität eine M4 liegt ja noch Warn Waffen sind irgendwie immer pristine Standard was ja hier lag jetzt auch hier draußen am Hangar lag jetzt auch ein P.U.S.C.O.P. 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 Das ist gefährlich, da oben liegt nix. Oben liegt nix. Roter Rucksack. Ich bleib beim grünen. Red Rucksack! Jetzt heißt es weiter, ne? Ja. Ein Fieberstock. Nischt los hierher. Und gleich wuchs an zu schießen und dann... Nix los! Dann kann ich wirklich nix mehr los, weil meine da liegen. Ja. Da vorne ist der zu oben. Ja. Ihr könnt ruhig warten auf mich, gell? Also... Ich spiel auch gern mit euch mit, aber... Ja, dann warten wir halt. Jo, 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 jo! Immer warte, immer warte! Immer auf die langsame Warte! Ja, ich guck mich halt um. Hat er schon vorgelaufen, oder? Ja, ja. Kurz nach dem Tower. Okay. Ja, ganz weit weg sind wir. Wir sind schon ganz am Ende. Sind der gar nicht. Ach, nee. Ihr könntet. Das war auch ne Verarsche. Haha. Verarsch mich nicht. Haha. Offen? Ne, der steht noch. Der läuft jetzt. Ja, voll im Muschi, Alter. Dein Schuss hat sich angehört, wie vor einer Spielzeugwaffe. Jetzt hast du... Da ist doch kein Schalldämpfer drauf. Nix ist los, nix ist los. Hier ist einfach nix. Irgendwo hör ich noch ein? Ja, der Schinter, ich laufe mal zu. Ah, hier. Hinter. Ja, ja, ich... Keine Sorge, ich hab euch schon gesehen. Links ist auch noch mal ein Zombie. gewesen. Famous, du läufst auf hinzu. Da passt er auf, was du. Ja, weil ich roten Rucksack sehe, sehe ich leichter. Ich hab doch so ne blaue Rucksackschwäche. Ah, so. Handschuhe. Feuerlöscher. Hallo. Hi. Hat jetzt hier jemand was gegessen, oder? Hat sich gerade angeht, als würde irgendjemand in den Chip reinbeißen oder sowas, gell? Okay. Vitaminbottel. Brauchen wir immer noch nicht, ne? Ne. Krankheiten sind mir noch nicht bekannt, ne? Hm, hier liegt noch mal eine M4 hier draußen. Eine Pristine Weste. Wow. Bedien dich. Die nehme ich. Meine ist nämlich... Trinken. Oh, Mann. Schrot fehlt nun, Muni. So, wieder voll ausgestattet. Ich glaube's ja nicht. Na, geht's halt. Bis hier. Auf wen wartest denn du? Ich hab' ein Magazin gefunden, du hast aber nicht für was. 10-Round-Zweiundzwanziger-Meg. Wahrscheinlich für die Spielzeugpistole, ne? Ja, für die Spielzeugpistole! Spielzeug, Spielzeug! Gäbste die Pistole. Also weiter, he? Ja, Mama Famous ist noch oben. Stimmt, da brauche ich ja zwei Jahre, auch wenn da nichts mehr liegt. Ja, ich wollte nur gucken, Mann. Ist er noch? Er hat auch Zuschauer, die möchten das Gewalt vielleicht auch kennenlernen, wenn... Magazin lag da noch, Jungs, Magazin! Boah! Für eine FNX oder sowas, oder? Bro-Gamer! Keine Ahnung! Hey, der 75 lag da oben. Hab's mal mitgenommen. Bro-Gamer! Wo ist Nummer 4? Ich bin draußen. Da bist du schon zugelaufen. Hinter dran! Hinter dran! Aber wir sind jetzt daneben. Hinter! Hinter! Geh hinter durch! Ah, ihr seid schon vor mir! Ja, nochmal! Den können wir schneller machen! OOohohoho! Du bist boys bolt! Und irgendwo ist ein Zombie... Wir haben das endlich gehört... Und Bucke. ...du bist ein Bucke. Ja, ich bin Programmierfehler, genau. Waffe weg, hey. Das ist ein zu offenes Feld. Da renne ich lieber. So, ab nach Gerno. Was machst du, Burko? Das hört sich anders als würdest du schießen, ey. Was? Ich lauf ganz normal. Ja, auf der Mikro hat man gerade die ganze Höhe so, tu, 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 tu. Läufst bei ihm. Wenn du irgendwie auf die Tastatur hämmerst, hat sich irgendwie Schüsse. Läuft, läuft, läuft. Da hinten Küste, oder? Küste. Na, ist klar Küste. Direkt an der Straße ist ungesund. Nehmen wir jetzt den Zug zur neuen Stadt hoch und dann ist gut, oder? Eben. Das wär immer cool, ey, wenn da Züge fahren würden. Ich mag Züge. Magst du Fischstäbchen? Nein. Nein. Nein! Oh, ja. Ja. Ja, mein Trump ist hinter mir. So ist es. Ja, natürlich. Aber unbewaffelt, keine Sorge. So ist es richtig. Richtig so, Jungs. Gibt's ja kein Radar oder so? Eddie verliert Verbindung. Oh nein, Eddie. Was ist denn los mit dir? Der Minimap wäre hier cool. Also so ein Visier findest und dann eine Minimap hat. Ach, Schwachsinn. Schwachsinn! 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 So. Und dann gehen wir in die neue Stadt hoch, ne? No? Und dann geht's ab. Wir röhnen ganz lange. Wir sind am Zorn hängen geblieben. Nein! Die Suche nach Action ist vergebens. Wir können machen, was wir wollen. Nein, es funktioniert irgendwie nicht. Ja, wir haben so sehr vorgenommen, aber irgendwie wollten die anderen nicht. Die spielen nicht mal mit uns. Ah ja. Ah ja? Ah ja. Hartgekocht oder weitgekocht? Bodenhaltung. Bodenhaltung. Aus kontrollierter Bodenhaltung. Ah ja, sehr gut. You're getting wet. No! Wollen wir ein bisschen was machen? 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 Na, durch, oder? Grasen können wir später. Ich bin eigentlich ausgerüstet. Essen und Trinken haben wir, glaube ich, genug. Ja. Also, was anderes werden wir hier nicht finden. Dumm, 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 dumm. Das neue Update kommt ja erst noch. Ist schon irgendwie was bekannt, was wir wieder machen wollen? Ja. Tiere kann man jagen. Da wollen sie uns endlich mit Tieren haben. Ja. Feuerstellen kann man machen, Bäume kann man fällen, und so Zeug. Ja, dann langsam wird's ja dann mal, wa? Ja. Oh, das schüttet aber wie Sau, ne? Aber hallo, ey. Ja, aber auch noch nie. Gibt's auch Regenschirme? Oh, hallo, Zombie. Ha, ich verarsch dich. Nicht. Oh, oh, Bronco. Hallo. Und gleich kommt von links zu Schüsse. Boah, die Kirche ist offen, ne? Die Kirche ist immer offen. Okay, weiß ich nicht. Links Zombie. Hallo. 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 An der Kirche sind wir schon so oft vorbeigerannt. Oh, irgendwas ist gechanged. Keiner Laut. Ja, der Motorhelm. Und Tunzüchdosen gibt's auch nicht mehr. Hallo. Oh, irgendwas ist gechanged. Ja, der Motorhelm. Ja, der Motorhelm. Und Tunzüchdosen gibt's auch nicht mehr. Was? Nein! Ich wollte immer Tunzfisch essen. Doch. Du siehst sie zwar als Feld, du könntest sie aufnehmen, aber keine Beschreibung, kein kein Bild. Haben die sicher beschwert, weil Tunzfisch nicht schmeckt. Nichts. Wahrscheinlich. Tunzfisch schmeckt auch scheiße. Eindeutig. Hier ist alles zu. Hier ist nicht mehr was auf. Hätten wir gar nicht, gell? Gell? Früher war hier immer alles auf. Noch ein Zombie. Hallo. Ja, früher. Früher war hier Action pur, eyde. Jetzt Geisterstart. Alles verlassen hier. Aber hallo. Die ist auf. Das ist auf links hier. Geh bei dir ums Schneiderweg. Ah, nicht unbedingt. Ich zieh an dir vorbei. Nix da. Weißt du, bin ich Fahrtwind und so, weißt du? Ja, aber übel, ey. Er hat einen windschnittigen Cowboyhut auf. Du hast einen komischen Helm auf. Ja, das ist schon mal ein Helm wohl windschnittiger. Nein, durch die Wölbungen des Cowboyhutes, da ist die Luftwürbelung nicht so stark, weißt? Ja, genau. Ah, genau. Hauptsache, Scheißdrechwätze. Hauptsache, irgendwas geschwätz, geil. Nachteil ist, er muss halt sein Buch. Du musst es nur gut verkaufen können und überzeugend rüberbringen, dann glaubt es jeder. Ja. Famous verliert Verbindung. Oh. Oh. Unglaublich. Ja, dann warten wir doch mal, wacht? Würde ich vielleicht sagen. Er redet auch nichts mehr. Famous! Ja, der leckt da ein bisschen dahinten. Ja, der läuft auf der Stelle. Hoffentlich geht's dem jetzt nicht so. Und da ist er weg. Da kommt ein Zombie. Und wo hast du gekickt? Von dem Server. Wo will denn der Zombie hin? Hey, hier sind wir. Er hat neue Leute gefunden. Da kommt noch einer hinter dir irgendwo? Wo? Über die Gleise habe ich da gerade was laufen sehen. Ja, da war ich ja gerade. Ah, okay. Guck mal, was es so in den Häusern hier gibt. So lange die da brauchen. Ich bin nicht mehr weg. Wett. 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 Schnauft wie ein Esel. Ich glaube, da hat ihm wohl irgendeiners Kabel gezogen, wa? Ja. Wett. Wett. Nur, dass ihn keiner der Zombies erwischt hat. Weil so verpackt wie die waren, sah das aus, als hätten sie nach irgendwem geschlagen. Ja. Oh, wie schade. Da liegt nichts. Absolut nichts. Da liegt nichts. Absolut nichts. Um nicht zu sagen nichts. Nichts. Was soll das? Oh, schnauft viel mal raus. Ja. Ich trinke jetzt ... I trinke jetzt Cola. Das ist der von Ciano. Lass es dir schmecken. Gluck, 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 gluck. Schmeckt gut. Ey, lauf nicht so schnell. Nicht so schnell. Ohne Pepsi, komm, geb ich mir auch noch. Gluck, 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 gluck. Ich bleib mal hier in dem grünen Haus hier oben sitzen. Mal was reinpfeifen hier. Hier gibt es kein Mineralwasser. Nur noch eines Wasser. Ah, 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 er trinkt, er trinkt, er trinkt, er trinkt, er trinkt. Pipsi, pipsi. Er, er trinkt oder er trinkt? Er trinkt. Ach so, Fische gibt es dann auch bald als Nahrungsquelle. Kannst angeln dann oder was? Ja. Oh Jesus, Gott. Ist aber cool. Kann man hier schön angeln, dann können wir mal hier schön. Angelwettbewerb machen, bei den größeren Fans. Hahaha. Können wir uns bei Animal Planet melden, als Top-Hooker. Ja. Na, er ist mal wieder da. Wo ist er denn? Ah, da ist er dann. Ah, was geht da ab, Alter. Ist er in das Kabel gezogen oder was? Nein, ähm, was ähnliches. Hä? Ich weiß auch nicht, ob es da ran lag oder nicht. Was war? Ja, tut. Ja, mein... Das ist in deiner Kabel, aber so ein Raster, das ist eingeklickt. Ja. Das ist schon wieder abgebrochen. Ach so. Bronco, du hast ein ziemlich empfindliches Mikro. Wir haben es gerade jeden deiner Schlücke gehört. Ja. Das war ja auch nicht ich, der geht um... Nicht mein Charakter geht um, sondern ich. Ja, das sehen, ja. Ja, eben, deswegen saßt du ein ziemlich empfindliches Mikro. Weil wir haben jeden deiner Schlücke in Real gehört. Ja, das war ja auch Sehen und Weg, die Aktion. Ah. Ich wollte mal negativ auffallen. Sonst falle ich ja immer positiv auf. In dem ich Mitspieler erschieße und so. Ja, ist klar. Bis wir da wieder alle da sind, bin ich dann ganz kurz AFK. Moment, ganz kurz. Aber dann würde ich mal sagen, wir beenden hier den Part. Ja, stimmt. Wäre vielleicht nicht verkehrt. Genau. Und wir sehen uns im nächsten Part. Lass eine Bewertung da. Wir gehen weiter Richtung... Da lang. Richtung Küste und so. Weiter hoch in den Norden dann. Und ja, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann. Ciao, ciao. Schizy. Das war's für heute. Das war's für heute.